Neue Funktionen des Internetbrowsers, am Beispiel der Samsung Galaxy A51. Du kannst in der Internet-App neue Funktionen verwenden. Tippe zur Einrichtung erst auf Menü und anschließend auf Einstellungen. Eine der neuen Funktionen ist bei Erscheinungsbild die Option Menü anpassen. Hier kannst du festlegen, welche Elemente in der Menüleiste angezeigt werden sollen. Du möchtest zum Beispiel auf den Verlauf direkt zugreifen können? Dann halte das Element getippt und ziehe es an die gewünschte Stelle in der Menüleiste. Umgekehrt kannst du Elemente auch aus der Menüleiste entfernen. Auch für das Querformat kannst du das Menü nach Wunsch anpassen. Mit Zurücksetzen stellst du wieder den Standard ein. Ebenfalls neu ist unter Nützliche Funktionen der Videoassistent. Aktiviere diesen, um Videos auf Webseiten komfortabel steuern zu können. Weiterhin kannst du über das Menü dem Browser Add-ons hinzufügen. Tippe auf Mehr Add-ons herunterladen und lade ein gewünschtes Add-on herunter. Nach dem Download und der Installation eines Add-ons kannst du dieses aktivieren oder nach Antippen ansehen, welche Berechtigungen das Add-on hat. Schau dir auch unsere anderen Hilfe-Videos zum Thema Smartphone an. schau dir auch die Offenstelle Wenn du uns gut überw�st, dann kannst du dir auch auf keinen Menschen gzwig werden. Du kannst du dir auch auf einmal